Schuss. Jetzt gibt es da eine Keilerei. Leon Bergmann mit Adrian Klein. Wir sind noch eng miteinander. Frau Kuppels. Jetzt gibt es einige Rechtstreffer. Alle steht natürlich Kopf. Bergmann verliert den Helm. Keine Klammern und dann eine gute Rechte von Bergmann und auch der nächste Sitz und dann geht Klein runter. Also am Anfang sah das sehr ausgeglichen aus.